Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bundesliga 2023-2024, siebter Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05, Ergebnis 2 zu 2. Startelf von Borussia Mönchengladbach. Nikolaus Elferdi, Altuka, Hüberg, Wickel, Hongkort, Reitz, Neuhaus, Nitz, Jodran, Beplea. Startelf von Mainz 05, Zentner van den Berg. Das war's von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. 19 Uhr 29 2019 minute 90 90 90 50 90 90 90 90 90